Vor langer Zeit lebten die Menschen glücklich und zufrieden. Niemand bemerkte den Schatten, der sich langsam über ihnen ausbreitete. Die Dunkelheit trübte ihre Sinne und das Böse fraß sich tief in ihre Seelen. Vom Wahnsinn getrieben schmiedeten sie einen Pakt mit dem Teufel. Zu später Stunde kamen sie zusammen, um gemeinsam die Mächte der Finsternis mit ihrem sündigen Blut zu rufen. Sie zu erlösen von ihrer sterblichen Existenz den Anbeginn einer neuen Welt vor Augen. Und so begab es sich, dass nach 100 Jahren das Böse wieder Fleisch geworden war. Als unsterbliches Geschöpf der Nacht kam es die Gestalt des Wolfs, der Fledermaus oder des Nebels annehmen. Es labt sich am Blut der Menschen. Dracula, der Fürst der Finsternis, Herr des Teufelsschlosses, ist auferstanden. Erstaunen 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 Das war's für heute. Ah Ah How lovely A fitting girl for Count Dracula Now Come to me No I'll never submit to your master I'd sooner die here Huh So much the better Besides Once you marry my lord Death will lose all meaning for you Richter Hold a moment Shaft Of course master What brings you here That young lady Has a certain connection With my old foes The Belmonts Bring her alive I have a most amusing idea By your command The master Bids you sleep girl We must prepare A proper welcome Belmont How old Of course Byخ All the Medi Now It turns out Das war's für heute. NOOOOOO! Bis zum nächsten Mal. Oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR